Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? In unserer heutigen Folge geht es um die Serie Weihnachtsmann und Kugage. Ich glaube, jeder hat sie schon mal gesehen oder jedenfalls das Intro hat schon jeder einmal gehört. Wir wollen natürlich nicht jetzt das Häuschen vom Weihnachtsmann bauen, sondern von seinem Widersacher. Grantebart, vielleicht kennst du ihn, ist ja, sag ich mal, so ein bisschen die Figur von Krampus. Wenn einer ein bisschen so Weihnachtsgeschichten kennt, soll er das dann ein bisschen verkörpern. Und ich denke mir einfach, sein Häuschen, das müssten wir einfach mal in Minecraft bauen, dass wir auch so einen kleinen Widersacher haben zu Weihnachten. Einfach mal, der so ein bisschen immer miese gelaunt ist. Es gibt ja immer ein paar Leute, die zu Weihnachten ein bisschen miese gelaunt sind. Von daher bauen wir deren Häuschen jetzt mal in Minecraft. Von daher will ich sein Blöck in die Hand. Auf geht's! Für den heutigen Start holen wir uns einfach mal ein bisschen Akazienholzblöcke raus. Ein bisschen die, wo ihr einfach nur die Rinde habt. Dann holen wir uns noch ein bisschen Schwarzeichenholzblöcke raus. Davon die Treppen. Ein bisschen Quarz ist heute auch dabei. Da nehmen wir natürlich wieder die glatte Version. Nicht nur den Block. Treppe und Stufe nehmen wir auch noch dazu. Dann holen wir uns ein paar prismarinen Ziegelstufen wie Treppen raus. Und ein bisschen Beton. Am besten den Türkisen. Wir klären noch einmal kurz so ein bisschen den Abstand von unserem Haus. Da solltet ihr so eine Breite von um die elf Blöcke euch lassen. Und eine Länge von 28 Blöcke. Pi mal Daumen könnt ihr euch natürlich immer noch zu den Seiten und nach vorne oder hinten am Meer Platz lassen. Wenn ihr euch das natürlich noch ein bisschen gestalten wollt. Zum Beispiel so ein Nadelwald, wie man es in den Folgen halt meistens gesehen hat, wie unser Gandelbad wohnt. Aber ansonsten würde ich sagen, geht's los, dass wir den Grundriss bauen. Wir schnappen unser Karzienholz und wollen uns erstmal, sag ich mal, die Vorderseite ziehen. Da mache ich mir jetzt hier erstmal eine Reihe von um die sechs Blöcke von unseren Baumständen hoch. Und ziehe jetzt daran. Ja, wir müssen ja wieder ein bisschen darauf achten, weil wir ja, sag ich mal, hier wieder mit Maserung arbeiten. Ihr wisst ja, wenn wir die jetzt, sag ich mal, so unterschiedlich platzieren, kriegen wir ja immer ein anderes Muster. So, ich möchte mir gerne meine Baumstämme hinlegen, damit wir erstmal auf der Vorderseite dieses Muster kriegen. Von daher mache ich mir jetzt hier erstmal eine Startlinie von um die sechs Blöcke. Können wir nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wunderbar, passt. Dann gehen wir mal in der Länge auch nochmal zur Seite weg. Jetzt sollten wir am besten mal zählen, dass es auch passt. Und zwar setzen wir jetzt daran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen wegmachen. So, also sechs Blöcke haben wir jetzt hier gesetzt. Dann gehen wir einmal nach vorne und setzen eins, zwei, unsere Baumstämme, zwei können wir gleich freilassen und wieder zwei. Hier machen wir ja später unsere Haustür hin und das soll ja so ein bisschen nach vorne überstehen. Hierbei machen wir jetzt aber die Baumstämme so, dass sie komplett nach oben gehen. So, das ziehen wir uns im Nachhinein hier hoch. Ansonsten geht es dann hier auf der Seite wieder weiter. Und da setzen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Blöcke ran. So, wir wollen es nochmal ein bisschen genauer haben. Also wir fangen erstmal an mit sechs Blöcken, die wir hinlegen. Denn hier hat unsere zwei Zweier, die aufrecht stehen. Und dann nochmal eine Länge von zwölf Blöcken, die wir nochmal so lang legen. An den Seiten hier, was wir jetzt hingelegt haben, können wir das auf die Höhe von sechs Blöcke schon einmal hochziehen. Soweit wir das dann natürlich nach oben gezogen haben, wollen wir das Spiel nochmal erstmal auf der Rückseite machen, bevor wir jetzt hier auf der Vorderseite kommen. So, an den Seiten gehen wir jetzt einfach mal seitlich zurück. Und zwar noch eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dass wir fünf Blöcke haben. So, auf der Rückseite können wir hier auch wieder unsere Baumstimme so, dass sie seitlich natürlich hier liegen, einmal zur Seite ziehen. Komplett bis einmal nach der anderen Seite hier. Und auch hier eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke nach hinten, ne. Das ist ja dann klar. So, dann können wir hier die eine Seite erstmal komplett und uns einmal so lang legen. Wir haben die Rückseite dann hochgezogen, natürlich auch alles schön seitlich, ne. Das sieht man ja immer ganz gut. Dann kommen wir jetzt erstmal, bevor wir zur Vorderseite kommen, mal zu den Seiten. Hier können wir die Baumstimme auch wieder einmal so seitlich hier nach hinten nach vorne legen oder von vorne nach hinten, wie man es immer gerne sehen möchte. Am besten, man macht es dann auch gleich auf beiden Seiten. Sobald wir das denn haben, kommen wir jetzt natürlich dazu, uns das auch hochzuziehen. Dabei machen wir es eigentlich wieder so, dass wir es immer hinlegen. Ich nehme jetzt einfach mal unseren türkisen Zement als bunten Block, um uns das ein bisschen vorzuzeigen. So, hier drauf wollen wir uns jetzt vier weitere Reihen uns einmal hinsetzen. So, eins, zwei, drei und die vierte Reihe, ne. Ja, das wird uns hier einmal hinlegen. Wir lassen an der Seite dann immer gleich eine Blockreihe Platz. So machen wir das jetzt insgesamt dreimal. Jetzt gehen wir wieder hoch, machen wieder vier Blöcke. Unser Baumstamm. So, ne. Und wir lassen immer eine Blockreihe Platz an der Seite. Ziehen wir die vier Blöcke hier einmal lang. Wunderbar. Und dann machen wir es noch ein letztes Mal. Und diesmal, seht ihr schon, sollten wir perfekt in der Mitte ankommen und machen nochmal vier. Eins, zwei, drei, vier. Zack und fertig. So, meinen Block hier für die Vormarkierung nehme ich mal gleich weg. Und sieht das erstmal so aus. Auf der anderen Seite machen wir es nochmal genauso. Nehmt einfach einen Markierungsblock, ist immer am besten. So, erstmal vier Blöcke. Dann setzen wir hier wieder vier Blöcke ran. Zwei, drei und vier. Dann nur noch hier unseren vorgefertigten Block hier mal wegnehmen. Die Seiten haben wir nun fertig. Kommen wir nochmal zur Vorderseite. Die wollen wir natürlich auch noch hochziehen. Wir haben ja natürlich jetzt eine Reihe. Die wollen wir jetzt auf insgesamt zehn Blöcke uns hochsetzen. Das heißt, hier setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun weitere Blöcke rauf. Den ersten haben wir ja nicht mitgezählt. Von daher werden es dann einfach mal zehn Blöcke. Sobald wir die dann nach oben gezogen haben, können wir mal gleich unseren türkischen Zement nehmen. Und zwar möchte ich dem hier einfach mal als Türplatz ziehen. Ich würde sagen, die Tür machen wir mal so um die vier Blöcke groß. Und darüber können wir dann einfach hier unsere Baumstämme so gerade nach oben ziehen. Bitte darauf achten, wenn ihr euch hier irgendwas vorgesetzt habt, um die Baumstämme euch gerade hochzusetzen, schlagt das weg, dass wir hier unten halt so die Tür auf vier haben. Weiter geht es jetzt hier oben. Wir nehmen wieder unseren vormarkierten Block. An der Seite lassen wir wieder einfach mal, ja, ganz einfach gesagt, eine Blockreihe Platz. Setzen hier so einen Viererstreber hin. Obwohl, halt, das brauchen wir halt gar nicht. Ha, 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 das brauchen wir ja gar nicht, denn wir setzen uns das ja gerade hoch. Müssen ja nur zählen. Eins, zwei, drei, vier. Ha, das passt. So, die Seite freilassen und dann nochmal. Wir lassen wieder an den Seiten einfach mal eine Reihe Platz und setzen einfach vier Blöcke hier oben hin. Dann fällt dir auf, wenn du jetzt überall richtig gezählt hast, dass alle Blöcke hier oben auf der gleichen Höhe abschneiden. Wenn das der Fall ist, können wir weitermachen. Und am besten wäre es, wenn wir anfangen, unser Dach einmal raufzusetzen. Da fangen wir, würde ich sagen, auf der Seite an. Ja, Seite ist gut, dann können wir hier schon mal alles erstmal ein bisschen fertig ziehen. So, da kommen wir mal ein bisschen zu unseren Quarzblöcken. Wir fangen am besten unten bei der sechsten Blockreihe hier mal an. Da setzen wir einfach mal, würde ich sagen, dreimal unseren Quarzblock mal so darauf. Dann können wir hier einmal eine Treppe setzen. Da ran, denn hier wieder einfach mal dreimal Quarz, eine Treppe ran. So, das machen wir noch einmal. Also dreimal Quarz, Treppe ran. So, zu guter Letzt wollen wir nochmal Block, Block hinsetzen. So, andere Seite geht es dann wieder runter mit einem Block. Na, es ist ein bisschen einfacher, glaube ich, wenn wir unten anfangen, dass wir hier erstmal am sechsten Ding hier. Drei Blöcke, eine Treppe, denn hier wieder drei Blöcke, eine Treppe, drei Blöcke und eine Treppe. Dass wir erstmal dieses Maß haben. So, jetzt kommen wir noch dazu, unsere Schwarz-Eichen-Holz-Blöcke zu nehmen. Die setze ich hier gleich vorne einmal ran. Da könnt ihr erstmal, obwohl erstmal nicht, wir können eigentlich hier das jetzt so einfach umgedreht einfach mal spiegeln. Dass wir unten halt erstmal anfangen mit einer Treppe, setzen darauf dann drei Blöcke, dann hier wieder Treppe hin, drei Blöcke, dann wieder hier Treppe hin, drei Blöcke. Und oben machen wir einfach einen Block hin. So, also wir spiegeln das eigentlich jetzt einmal komplett oder drehen es einfach mal komplett um, eher gesagt. Machen wir auch nochmal Treppe hin, Blöcke rauf, Treppe und die Blöcke rauf und kommen dann oben so erstmal an. Als nächstes können wir dann einmal unsere Quarz-Blöcke und Treppen einmal überstehen lassen über unsere Holzblöcke, die wir hier haben. Wenn wir das überstehen gelassen haben, nehmen wir mal unsere glatten Quarz-Stufen. So, wir wollen den Übergang so ein bisschen flüssiger machen von unserem Dach. Das heißt jetzt einfach mal hier, setzen wir hinter jeder Treppe nochmal eine Quarz-Stufe. Dass das ein bisschen flüssiger ist und ganz oben unter unserem Block setzen wir auch nochmal eine Stufe hin. Das könnt ihr hier überall an den Seiten einmal nochmal dran platzieren. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig, denn wir wollen auch mal unsere Stufen neben unsere Blockreihe ganz oben noch einmal platzieren. Das setzen wir einfach mal rauf, dass das Dach, sag ich mal, nicht so ganz so schnell spitz geht, sondern eher so aussieht, als ob wirklich so eine Schneedecke einfach auf dem Dach liegt. Weiter geht es dann natürlich so mit, dass wir jetzt hier unser Dach natürlich einmal zur Rückseite ziehen. Wir werden noch auf der Vorderseite und auf der Rückseite noch weitere Dachelemente einbauen. Aber das machen wir dann, wenn das Dach erstmal drauf ist. Das ist dann ein bisschen einfacher. Du kannst auch gleich, wenn du, sag ich mal, das zur anderen Seite ziehst, unsere Quarz-Blöcke zwei Blöcke überstehen lassen. Spaß dir, die Arbeit später dann nochmal eine weitere Reihe heranzusetzen. Natürlich setzen wir auch auf der anderen Seite nochmal unsere Verstärkung mit den Stufen mal darunter. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sieht man uns am Ende, würde ich mal sagen, ganz gut. So, ich habe mir das jetzt auf der anderen Seite mal rübergezogen. Aber nicht komplett, denn nur auf der Rückseite habe ich es einmal schon mal zugezogen und auf der Vorderseite nochmal nicht. Warum? Wir wollen hier noch weitere Dach-Elemente einbauen und es wäre ja doof, wenn wir zu spät, sag ich mal, noch mal alles wegreißen müssen. Darum fangen wir jetzt hier auf der Vorderseite an, das hier miteinander zu verbinden. Da fangen wir einfach mal so an. Also ich glaube, wir machen das so, dass wir uns das hier einmal langziehen, lassen so eine Reihe Platz und können hier einmal schon mal so das nach vorne ziehen. Denn wir wollen ja, sag ich mal, jetzt hier ein etwas anderes Element bauen. Ich würde sagen, wir fangen eigentlich auch ganz gut an, wenn wir erstmal unsere Holzblöcke hinsetzen. Ich glaube, das ist vorne ganz gut. Und zwar setzen wir jetzt hier an der sechsten Block, eben an den Seiten, einfach mal zwei Treppen jeweils umgedreht, hier auf beiden Seiten jeweils hin. Darauf könnt ihr dann wieder einmal eure Holzblöcke setzen. Diesmal müsst ihr die nur auf der Vorderseite dann platzieren. Die Treppen sieht man hier nun von unten und das Spätere hier oben sieht man sowieso nicht. So, dann setzen wir hier jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier weitere Blöcke rauf. Obwohl, wir ändern das nochmal. Statt vier setzen wir nur drei weitere Blöcke rauf. Dann setzen wir hier wieder unsere Treppen hin. Darauf wieder dann eins, zwei, drei weitere Blöcke hin. Also eigentlich genau das gleiche im Prinzip, wie wir jetzt das an den Seiten haben. Wir fangen mit Treppe, drei Blöcke, Treppe, drei Blöcke, Treppe. Dann kommen wieder drei Blöcke hin. Eins, zwei, drei. Und ganz oben wollen wir jetzt aber keine Blöcke hin setzen, sondern da setzen wir einfach mal zwei umgedreht Treppen, die sich einfach mal ein bisschen angucken. Dann haben wir das schon mal so fertig. Ja, danach bleibt nur eins übrig. Wir müssen das Dach natürlich hier noch verbinden. Das ist eigentlich eine relativ simple Aufgabe. Da könnt ihr es hier einfach so einfach ranziehen. Wir lassen ja, sag ich mal, auch hier, jetzt sieht der ja erstmal so ein bisschen doof aus, aber wir lassen ja auch hier, sag ich mal, alles einmal überstehen. Das können wir ruhig schon mal machen. Ich glaube, das ist ein bisschen übersichtlicher. Und ansonsten ziehen wir jetzt hier unser Dach einfach mal schön einfach mal seitlich hier ran. Wir haben es euch hier an der Seite schon vorgegeben, wo unsere Treppen sind. Da müssen wir einfach nur gucken, wie das passt. Und dann ziehen wir das hier alles gleich schön einmal nach vorne mit. Schick, schick, schick. So, da liegt schon mal eine schöne Schneedecke drauf. Aber wir wollen hier vorne natürlich auch nochmal das gleiche machen, wie an den Seiten. Das heißt, einfach nochmal die Stufen hier immer hinter unseren Treppen noch einmal platzieren, dass hier ein bisschen flüssiger Übergang ist. Und sobald wir das haben, sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut, kommen wir jetzt dazu, unsere weiteren Dachelemente noch einzubauen. Wir fangen dann auf der Vorderseite erstmal an. Bei unserem Dach hier richten wir uns erstmal hier unten ein bisschen aus. Wir haben ja hier drei Blöcke und hier die Treppen. Wir lassen jetzt an der Seite einfach mal 1, 2, 3, 4 Treppen Platz. Dann schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg. Wir wollen jetzt unsere Holzblöcke, ups, nicht gleich auf unsere Quarzblöcke setzen, sondern lieber einmal dahinter, damit das genauso abpasst, wie wir das hier unten haben. Wir wollen ja nicht unsere Erweiterung gleich aufs Dach setzen. So, hier drüber können wir erstmal ein paar Blöcke weghauen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Trepperei könnt ihr erstmal hier voraussichtlich alles weghauen. So, dann wollen wir dahinter unsere weiteren Holzblöcke mal seitlich platzieren, damit das natürlich so passt, wie wir die unten schon einmal haben, dass das Maß halt oder die Maserung halt gleich ist. Hier können wir, würde ich sagen, die erste Reihe auf eine 6er Länge machen. Danach können wir an der Seite, müssen wir das nicht komplett so machen, da könnt ihr gleich schon eine Reihe Platz lassen. Dann ziehen wir hier die nächste Reihe einfach mal lang. Das machen wir jetzt auf eine Höhe von 5. Also 1, 2, 3, 4 und noch eine Reihe und die 5er Reihe. Sodass wir das jetzt hier auf 5 Blöcke noch erhöht haben, aber insgesamt mit der unteren Reihe auf 6 Blöcke haben. So, das machen wir noch einmal. Wir platzieren jetzt hier aber drauf insgesamt würde ich sagen 4 Blöcke. Die machen wir auch wieder so, dass wir in den Seiten jeweils ein Block Platz haben und die platzieren wir seitlich, dass die Maserung halt überall passt. Sobald wir das haben, könnt ihr hier jetzt einfach mal eure markierten Blöcke einmal wegnehmen. Und dann kommen wir schon dazu, unser Dach hier uns einmal zu platzieren. Wir fangen an, dass wir an der Seite wieder erstmal uns hier eine Treppe hinsetzen. Darauf dann 1, 2, 3 weitere, naja, machen wir mal lieber 4 weitere Blöcke. Von unserem Holz dann wieder Treppe ran. So, andere Seite auch. Auf der Treppe 4 Blöcke, dann hier Treppe hin. Da könnt ihr wieder einfach mal 3 weitere Blöcke euch hier platzieren. Und ganz oben machen wir mal statt Treppen Blöcke. Genau, dann nehmen wir einfach mal Blöcke. So, sobald wir das haben, kommen wir dazu gleich jetzt unser Dach hier weiter zu ziehen. Oder so nach vorne zu ziehen. Da setzen wir jetzt hier unten natürlich dann einmal unsere Blöcke hin. Wo Treppen habt, setzt ihr Treppen hin, ganz klar. Und dann geht es hier auch wieder weiter hoch. So, dass wir hier unsere Blöcke hinsetzen. Wo Treppen sind, setzen wir die Treppe hin. Wir sollten hier vielleicht diese Verbindungsstriebe der Treppe ein bisschen lösen. Das ist ein bisschen einfacher. Und der gute Schluss hier, da setzen wir wieder einfach mal unsere Quarzblöcke ganz oben hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, dass wir uns das hier einmal ein bisschen vorziehen müssen. Und ihr müsst nicht unbedingt jetzt hier, was ihr dahinter habt, noch so weghauen. Das kann man machen, wenn man sich später natürlich noch die Fenster einbaut. Aber da muss man dann gucken, wie es einem gefällt. Wir wollen sie ja sowieso noch verkleiden. Gut, danach wollen wir natürlich hier nochmal überall unsere Stufen noch einmal platzieren. Nicht nur einmal oben drauf, auch hier drunter wollen wir setzen. Und hier oben würde ich einfach sagen, setzen wir darunter einfach nochmal eine weitere Stufenreihe. Ich finde, das passt da ganz gut. Ich überlege gerade hier oben, könnten wir das eigentlich doch nochmal ändern. Ich mache das eigentlich genauso wie da, dass ich hier oben einfach mal ein paar Treppen hin mache. Ich glaube, das sieht doch besser aus. Ja, naja, da kann man machen, wie man möchte. Aber ansonsten wären wir jetzt auf der Vorderseite von unserem Dach so erstmal fertig. Wie das halt auch in den Folgen zu sehen war von unserem Krankelbad. Aber man kann ja auch noch sowas auf der Rückseite einfach mal basteln. Wie es auf der Rückseite aussieht vom Haus, ist wirklich nicht ganz vorgegeben. Aber ich würde es schick finden, wenn wir eigentlich nochmal, sag ich mal, dieses Prinzip auf der Rückseite bauen. Am besten gegebenenfalls hinter, ja, sag ich mal, diesem Vordach, was wir jetzt bei der Haustür haben oder da. Das kann man sich aussehen, wo man sich das platzieren möchte. Aber ich setze mir jetzt ganz klar einfach mal hinter unseren, hinter unserer Haustür, hinter dem Vordach. Das heißt, ich fliege jetzt wieder zur Seite. Achte auf die drei Blöcke hier und zähle mal einfach von den Treppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, dass wir acht Tappen jetzt an der Seite haben. Dann schlagen wir wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke weg. So, hier rüber können wir wieder die Reihen einmal weghauen bis zur nächsten Treppenreihe. Und dann machen wir eigentlich genau das gleiche Prinzip, was wir jetzt da vorne hatten. So, an der Seite beginne ich. Das ist mir erstmal die erste Reihe von sechs Blöcke jetzt hier mit unseren Akazienholz natürlich einmal seitlich hinlegen. Dann kommt wieder unser bunter Block. Darauf setzen wir dann, würde ich mal sagen, wieder fünf weitere Blöcke. Wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir an der Seite wieder einen Block weniger haben. Können wir das hier einmal wieder zu den Seiten ziehen. Und da kommen wir nochmal zur letzten Ebene. Da machen wir auch nochmal insgesamt vier Blöcke rauf. So, dass wir hier an den Seiten auch wieder zwei Blöcke platzt lassen. Ziehen das wieder so seitlich hin. Dann machen wir wieder den vormarkierten Block weg und kommen schon zum Dach. Wir fangen erstmal wieder mit unserem Holz an. Das heißt, wir setzen unten erstmal, würde ich sagen, eine Treppe hin. Dann setzen wir vier weitere Blöcke rauf. Wieder Treppe. Ups, hier einfach mal an der Seite hin. Darauf setzen wir, würde ich sagen, drei Blöcke hin. Und oben machen wir, wir haben es ja gesehen, vorne sieht ein bisschen besser aus. Wenn wir oben einfach mal zwei oben über die Treppen machen. Spiele machen wir hier nochmal auf der anderen Seite. Und dann kommen wir nun noch dazu, unser Dach natürlich auch noch hier auf der Rückseite nach vorne einmal überstehen zu lassen. Und die fährt dann dabei bestimmt auch auf, wenn wir oben ankommen. Es passt perfekt mit der Vorderseite. Und so kannst du es dir natürlich auch noch gerne versetzen, wenn du möchtest. Zum Beispiel kannst du es dir anpassen, denn mit diesem anderen Vordach, was wir hier haben, ne. Das ist dann so eine Spielerei für sich, wie man das dann immer schicker findet. So, ansonsten setzen wir natürlich noch die Stufen ein bisschen runter als Übergang, ne. Dass es ein bisschen flüssiger ist. Und fertig. So, als nächstes wollen wir natürlich anfangen, jetzt unsere Fenster überall noch einmal zu platzieren. Wir fangen auf der Vorderseite einfach mal an. Dass wir hier an der Seite einfach mal zwei Blöcke auf jeder Seite Platz lassen. Und hier so zwei mal drei Fenster mal reinhauen. Unten wie oben setzen wir einfach mal noch ein bisschen unsere Stufen hin, um es hervorzuheben. Dann sind wir da schon mal fertig. Geht es mal weiter hier in der Mitte. Wir wollen die Tür ein bisschen verbessern. Da würde ich sagen, setzen wir darunter gleich erstmal hier so ein paar Stufen hin. Über der Tür machen wir einfach mal ein paar ungedrehte Treppen. Gleich daneben, neben unseren Stufen, setzen wir auch nochmal ungedrehte Treppen hin. Und auf diesen Treppen setzen wir dann nochmal zwei Stufen hin. Fertig ist, sag ich mal, von unserer Ausstelle noch so das ganz kleine Vordach. So, weiter geht es mit dem nächsten großen Fenster. Das wollen wir gleich hier uns platzieren. Wir lassen mal an der Seite, würde ich sagen, drei Blöcke Platz. Dann schlage ich mir mal hier so eine Reihe lang, bis wir auf der anderen Seite auch rankommen, wo ich auch nochmal so drei Blöcke platz lasse. Und lasse ich mir zwei Blöcke Platz. Und dann mache ich hier einfach mal noch eine Reihe darüber weg. So, dass wir hier noch eine Reihe natürlich haben. An den Seiten platzieren wir dann hier einmal unsere Treppen. Und dazwischen kommen unsere Stufen hin. Und somit haben wir das Fenster auch fertig. Wir richten mal unseren Blick wieder zu unserer Haustür. Und zwar, über unserer Haustür wollen wir nochmal ein weiteres Fenster machen. Wir lassen von den Treppen so um die zwei Blöcke Platz. Und dann steigen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs weitere Blöcke weg. So, auf eine zweier Dicke. Und dann setzen wir Stufen unten wie oben wieder hin. Und fertig ist das Fenster hier oben. Ja, dann wollen wir nochmal hier bei unseren anderen Vorderchen auch nochmal weitere Fenster platzieren. Da lassen wir unten natürlich eine Reihe Platz. Und schlagen eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Auch wieder auf eine zweier Dicke einfach mal gesagt. Und dann können wir hier auch wieder die Stufen oben wie unten platzieren. Und das machen wir nochmal, ja, synchron auf der anderen Seite. Und eine Reihe Platz lassen. Und eins, zwei, drei, fünf Blöcke hier mal weghauen. So, Stufen natürlich noch einmal hin. Und erledigt ist auch dieses Fenster. Auf der Rückseite wollen wir natürlich auch nach uns ein bisschen was platzieren, damit das nicht so kahl ist. Da kann man gerne sich Türen, Fenster platzieren, wie man möchte. In jeder Form und Variation. Ich würde mal sagen, ich fange hier einfach mal auf der Seite an. Ich lasse mir zwei Blöcke Platz. Und mache mal wie auf der Vorderseite mir einfach so ein 2x3 Fenster hier einfach mal zu Beginn hin. Und dann lasse ich mir mal so vier Blöcke Platz. Schlage mir ein 2x4, naja, nicht unbedingt Fenster hin, sondern einfach da hier soll dann, sag ich mal, die Tür entstehen. Können wir gerne auch schon gleich unsere Tür reinsetzen. Und ein paar Stufen oben einfach mal ransetzen, dass die nicht zu groß ist. Dann passt das. Dann lassen wir nochmal um die drei Blöcke Platz. Schlagen mal vier Blöcke weg. Machen das mal auf eine, ja, 4x3 Höhe einfach mal für das Fenster. Man kann es sich auch gerne noch erweitern, wenn man möchte. Dann reicht das schon. Dann lasse ich mir noch so mal um die drei Blöcke Platz. Wieder ein 2x3 Fenster rein. Dann passt das wie auf der Vorderseite. Und fertig haben wir es auch hier. Um unser Häuschen abzuschließen, müssen wir natürlich nur noch uns ein paar Steinknöpfe rausholen. Magente, Keramik. Da am besten auch nochmal so die passenden Schäder. Das wären dann einfach hier die Karmisinschäder. Die passen ganz gut, finde ich. Und noch ein bisschen Glas. Hellblaues, türkises Glas ist beides gut. Such dir eins aus. Wir wollen immer zuerst das einfache verbauen. Das heißt, wir setzen erstmal an unsere Tür natürlich unsere Türknaufe ran. Der einfachste Schritt ist damit dann schon mal erledigt. Die Knöpfe fallen schon mal weg. Als nächstes kannst du dir gerne natürlich deine Glasblöcke schnappen. Die wollen wir natürlich innen drin nochmal platzieren. Wer möchte, kann sich denn auch noch seine Fenster verkleiden. Denn ich sage mal, das Häuschen ist ja doch mehr ein bisschen so Deko, dass man sich das irgendwo vielleicht platzieren kann in seiner Winterlandschaft. Wir haben unsere Fenster nun bezogen. Wollen wir natürlich noch den letzten Schritt machen. Das heißt, wir schnappen unsere Magenta-Keramik und setzen unsere Schornsteine rauf. Insgesamt zwei Stück haben wir. Da fangen wir einfach mal an der Seite an. Das ist eigentlich Synchronarbeit, was wir hier machen. Wir lassen so oben die drei Stufen hier einfach mal Platz. Dann schlagen wir hier mal die drei Blöcke hier oben weg. Und setzen eine Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe einfach mal von unseren Keramikblöcken rauf. Und setzen oben an der letzten Blockreihe noch eine kleine Schildreihe. Könnt ihr einfach mal langziehen. Und dann haben wir hier unseren Schornsteinen auch fertig. Machen wir es natürlich nochmal synchron auf der anderen Seite. Drei Blöcke platz lassen, drei weghauen. Und hier einfach das Ganze auf eine Viererhöhe und es einmal platzieren. So, letzte Reihe natürlich noch die Schilder einmal ringsherum. Wir wollen uns natürlich den nochmal zum Vergleich nochmal angucken. Wenn man natürlich noch ein bisschen Dekoration sich platziert. Zum Beispiel natürlich das Gelände ein bisschen anpasst. Zum Beispiel ein bisschen winterlicher macht. So ein bisschen Schnee platzieren für kühlig. Vielleicht setzt du dir auch noch ein paar Schneemänner überall hin. So als Dekoration. Und natürlich kannst du dir auch noch wie immer die Fenster verkleiden. Damit das ein bisschen schicker aussieht als Dekohaus. Als wenn du es natürlich dir hohe lässt. Auf der Rückseite kannst du dir natürlich noch einen Nadelwald bauen. Da bin ich selber noch im Überlegen, wie ich mir das jetzt hier ausbauen möchte. Wir wollen ja auch noch das Haus vom Weihnachtsmann bauen. Und da müssen wir mal schauen, ob ich das mir einfach hier daneben baue. Oder ich mache mir jetzt hier so eine kleine Abbiegung. Und dann bauen wir das Häuschen dahinter mit Fabrik und so. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden damit. Ich hoffe, du findest ein schönes Urchin-Fuji. Das Häuschen platzieren kannst. Hier zur Weihnachtszeit passt das doch ganz gut. Das wäre nicht nur mal was von den lieben Weihnachtsmann bauen. Sondern auch von seinen Widersachern. Und ansonsten war es das hier wieder. Ich bedanke mich dann wie immer erstmal fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß natürlich jetzt beim Nachbauen. Und dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge wieder. Also haust rein. Und tschüss.